hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren video von mir es freut mich wieder riesig dass ihr heute eingeschaltet habt und ja heute möchte ich mit euch über die folgenden spannenden themen sprechen als allererstes gucken wir uns einige zeichen an die dafür sprechen dass eth in der nächsten zeit weiter ansteigen soll außerdem gucken wir uns an wie es chinas digitaler juan geschafft hat knapp vier millionen transaktionen auszuführen und wie die testphase dort aktuell verläuft und zu guter letzt gucken wir uns noch die aussagen von dem milliardär druckenmüller an der darüber spricht dass bitcoin rentabler als gold sein kann gucken wir uns das allererste thema und hierbei geht es vor allem um eth in dem fall ist es ja so dass in der vergangenheit der eth kurs immer unterdurchschnittlich schlechter abgeschnitten hat als es eben der bitcoin war also man spricht hier um von dem direkten vergleich zwischen diesen beiden kryptowährungen und nachdem der bitcoin dann den hauptwiderstand bei 12.000 und 14.000 dollar durch drungen hat gab es quasi kaum eine reaktion vom ethereum kurs trotzdem hat das eth in den vergangenen wochen hinbekommen um knapp 15 prozent zu steigen und das ist zwar etwas was sehr positiv ist hat aber nichts mit dem niveau zu tun und mit den möglichkeiten den eth noch bevorstehen und das ist eben das interessante dabei denn wie gesagt gibt es oder gab es in der vergangenheit immer eine starke outperformance von bitcoin im vergleich zu den meisten anderen kryptowährungen und natürlich hat eben auch der bitcoin die meiste aufmerksamkeit auf sich gezogen wir haben außerdem große events eben in diesem jahr gehabt wie zum beispiel das thema mit dem halving was eben stattgefunden hat und das hat natürlich sehr sehr viele personen aufmerksam werden lassen man hat also angefangen sich mit der thematik wieder auseinander zu setzen weil man eben davon ausging dass 12 oder 18 monate später eben ein neues all time high zu erwarten ist aktuell ist der bitcoin auf einem sehr sehr guten weg richtung 16.000 dollar zu steigen beziehungsweise hält sich gerade sehr stabil bei über 15.000 dollar und da sind wir sowieso gespannt wie sich das in den nächsten tagen und wochen eben weiterentwickeln wird auf der anderen seite sehen wir aber auch eine massive entwicklung bezüglich ethereum dann hier ist es natürlich so dass wir kurz vor dem release von eth 2.0 stehen das geht jedenfalls aus den daten und aus den informationen hervor die von der ethereum foundation herausgegeben worden sind und ein trader hat außerdem noch mal einige faktoren versucht zu analysieren und vorzutragen in denen es eben darum geht warum in zukunft eth eben weiter ansteigen soll und er nannte zum einen eben eine bullisch verschlingende kerze die gebildet wurde die eine stark abwärts gerichtete kerze verschlingt dadurch entstand eine bullische divergenz zwischen eth und btc und dem rsi das trading pares außerdem ist der gleitende 200 tage durchschnitt des pares vom kurs geflippt worden was außerdem eine positive kurs bewegung oder auf eine positive kurs bewegung eben hindeutet und zusätzlich wie gesagt darüber haben wir gerade schon gesprochen gibt es eben wahrscheinlich den release von eth 2.0 man geht jedenfalls aktuell davon aus dass wir in diesem jahr noch den release eben sehen werden und das ist auf jeden fall eines der größten events die wir im kontext eth 2 punkte oder allgemein eth eben sehen werden und jemals gesehen haben ich bin sehr gespannt ob das eben auch angenommen wird gerade das thema staking ist natürlich relevant da man eben mit einem mindesten best von 32 eth zu einem validierer werden kann und dadurch natürlich auch entsprechende renditemöglichkeiten sich selber schafft und das ist natürlich unglaublich interessant und deswegen gehe ich eben auch davon aus dass wir in der zukunft hier einen preislichen anstieg sehen werden aber auch die reserve bank of australia also die zentralbank des landes hat nochmal zu dem ganzen thema einen text veröffentlicht und schrieb folgendes die reservebank gab heute bekannt dass sie eine partnerschaft mit der commonwealth bank der national australia bank und so weiter einem unternehmen für blockchentechnologie eingeht über ein verbundenprojekt zur untersuchung der potenziellen nutzung und der auswirkung einer großhandelsform der digitalen zentralbank währung cbdc unter verwendung der distributed ledger technologie dlt das projekt umfasst die entwicklung eines proof of concept für die ausgabe einer tokenisierten form der cbdc die von großhandelsmarkt teilnehmern für die finanzierung abwicklung und rückzahlung eines tokenisierten konsortialkredits auf einer es hier im basierten dlt plattform verwendet werden kann man versucht also auf jeden fall den ethereum token hier zu nutzen und die funktionalitäten smart contracts dlt und so weiter all diese funktionen eben entsprechend in die entwicklung mit einfließen zu lassen und das sieht ebenso aus als würde sich eth parallel zum bitcoin eben sehr sehr positiv verändern und weiterentwickeln und die fundamental daten sehen hier ebenfalls sehr sehr positiv aus was haltet ihr von dem ganzen thema und glaubt ihr das eth 2.0 tatsächlich zu einem aufschwung für ethereum führen wird schreibt das gerne mal unten in die kommentare gucken wir uns das zweite thema an und hierbei geht es um den digitalen johan der eben nun knapp vier millionen transaktionen umfasst wir haben es mitbekommen china ist ja relativ weit sie haben angefangen einen digitalen johan eben herauszugeben einen sogenannten cbdc und damit haben sie es eben schon hinbekommen seit april eben das transaktions volumina nach oben zu drücken in dem fall liegen wir hier aktuell bei über zwei milliarden johan die eben in oder über vier millionen transaktionen verwendet worden sind und das zeigt ganz klar dass es hier immer mehr aktivität gibt es gibt zwar den cbdc nicht für alle personen die eben in dem land leben es gibt immer mehr pilot projekte die eben umgesetzt werden in verschiedenen städten außerdem hat man bereits an 12.000 unterschiedlichen stellen die möglichkeit also die digitale landeswährung hier zu benutzen um am ende also auch rechnungen und so weiter hier bezahlen zu können man möchte damit am ende eben mehr transparenz schaffen und diese transparenz weiter verbessern was irgendwo natürlich ein sinnvoller gedanke sein kann auf der anderen seite aber für die bevölkerung natürlich alles andere als schön ist wenn sie immer gläserner werden und eben der staat in dem fall über den menschen alles weiß ich persönlich bin da eben überhaupt gar kein großer freund davon glaube dass diese dinge zwar kommen werden die frage ist aber ob das eben in der art und weise eben auch in deutschland durchgesetzt werden kann ich denke zum jetzigen zeitpunkt nicht aber man sieht auf jeden fall die bestrebungen von verschiedenen ländern wie auch den usa eine digitale währung eben abzubilden um am ende dann in zukunft den bargeld bestand hier weiter reduzieren zu können gucken wir uns nun noch das letzte thema an und hierbei geht es um den milliardär drankenmänner der eben davon ausgeht dass der bitcoin rentabler sein kann als das gold das ist auf jeden fall eine sehr spannende aussage denn dieser milliardär hat eben in der vergangenheit eine komplett andere meinung zum thema bitcoin gehabt er war eher eine person die eben gegen den bitcoin gewettert hat na vielleicht ist das ein bisschen zu aggressiv ausgedrückt das war wohl eher eine person die gesagt hat dass er eben niemals den bitcoin besitzen möchte nun hat er aber angefangen seine meinung langsam zu verändern bedeutet also hat sogar angefangen eben crypto bestände zu kaufen er hat zwar nicht angegeben wie viele aber das spielt auch gar keine rolle sondern vielmehr geht es hier um den wandel man hat also angefangen sich eben mit der thematik weiter auseinanderzusetzen und merkt langsam okay das könnte doch echt gut funktionieren und dazu sagt er folgendes bitcoin könnte eine anlageklasse seien die als wertaufbewahrungsmittel für die milliardians und als das neue gold der westküste sehr attraktiv ist und wie sie wissen haben sie eine menge davon in dem fall spricht er natürlich über diese millenians die eben in der zukunft das ganze geld von ihren vorfahren oder ihren verwandten die eben vermacht bekommen werden in dem fall geht es um milliarden von dollar die eben weitergegeben werden und die millenians die werden sich eben mit anderen dingen auseinandersetzen sicherlich werden sie auch die konventionellen anlagemöglichkeiten nutzen aber der fokus auf neue und digitale technologien die werden eben weiter voranschreiten und hier wird wahrscheinlich der bitcoin der größte gewinner sein in der vergangenheit hat er wie gesagt darüber gesprochen dass eben der bitcoin nichts für ihn sei hat aber angefangen seine meinung zu verändern und hat tatsächlich auch angefangen eben bitcoins zu kaufen er hat zwar immer noch mehr gold als bitcoins aber er geht eben davon aus wenn eben die wette auf gold funktioniert wird die wette auf den bitcoin wahrscheinlich sogar noch besser funktionieren und das ist natürlich eine richtig bullische aussage die eben das ganze unterstützt was wir bereits in der vergangenheit von verschiedenen persönlichkeiten gehört haben der bitcoin der ist eben deutlich besser als es eben gold ist wenn wir eben gerade über das thema transaktionen skalierbarkeiten und so weiter eben sprechen und am ende ist es eben ein bestand von 21 millionen bitcoins die es eben maximal geben kann und kein einziger token mehr und in kombination mit den bevorstehenden havings wird das natürlich zu einer entsprechenden preisentwicklung führen gut ich hoffe euch hat dieses kurze und informative video gefallen falls es so war würde ich mich riesig über einen daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere videos zu dem oder anderen themen sehen wollt dann solltet ihr auf jeden fall direkt erst mal ein abo da lassen ansonsten hören und sehen wir uns die tage wieder ciao ciao